Nicht parallel verlaufende Entwicklungen, also einer entwickelt sich stark positiv weiter, vielleicht finanziell, vielleicht persönlich, vielleicht beruflich etc. Und der andere stagniert oder hat eine Krise. Wie wäre euer Tipp für jeweils den starken Part und den, der zurückgefallen ist? Krass, alleine schon, was wäre euer Tipp? Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, dass sich, nehmen wir mal uns beide jetzt als Beispiel. Wir beide entwickeln uns in zwei verschiedenen Richtungen. Einer von uns wird beruflich super erfolgreich und auf einmal läuft es alles irgendwie krass und baut ein Haus, zwei Kinder, Mercedes S-Klasse vor der Tür und der andere. Macht ein Haus, baut zwei Kinder. Und der andere entwickelt sich irgendwie in eine andere Richtung und alles ist kompliziert und schwierig und übertreibt es jetzt mal, kriegt irgendwie Hartz IV oder sowas und kackt irgendwie ein bisschen ab. Also erst mal, mein erster Tipp finde ich mal Quatsch, aber erst mal finde ich daran ja nichts schlimm. Also das heißt, also stagnieren ist halt so, muss man aus welcher Richtung kommt es jetzt angeflogen? Wenn du jetzt finanziell total krass wirst und ich nicht. Aber wir sind beide immer noch cool miteinander. Ja, dann ist das so. Dann ist das voll in Ordnung. Im besten Fall lässt man den anderen teilhaben oder nimmt ihn irgendwo mit, wo der andere nicht mitgehen kann. Irgendwie sowas. Wenn wir jetzt mal darüber legen, dass der eine persönlich sich total charakterlich und so voll mit sich im Reinen ist und so seine Chakren sortiert hat und der andere Part hat eine starke Krise, der hat da aufmerksam sein, da sein. Ja, das hast du voll auf den Punkt gebracht. Ich finde einfach, was mir persönlich ist, meine persönliche Erfahrung und da können wir jetzt gerne schreiben, ob das irgendwie auch Quatsch ist, aber ich habe einen guten Freund, der mit finanziell, hörst du mir zu? Und das ist nie ein Gesprächsthema bei uns. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist nie relevant. Das spielt irgendwie keine Rolle. Und deswegen ist halt in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Dementsprechend hat das kein Gewicht in dieser Freundschaft, weil es einfach nicht relevant ist. Und ich glaube, das finde ich gar nicht so schlecht, wenn das so dolle unterschiedliche Themen sind. Und das ist so blöd, wie es klingt, aber wenn der eine Kumpel super viel Geld hat und der andere nicht, dann ist das eigentlich im Prinzip genau das gleiche, wie wenn der eine Kumpel auf Fußball steht und der andere nicht. Dann wird da trotzdem halt einfach nicht über Fußball geredet. Wir unterhalten uns sehr selten über dein Motorrad-Hobby im Privaten. Und warum? Weil das nicht mein Thema ist. Weil ich da nicht so ein großes Interesse für habe. Ich interessiere mich für dich und deine Freude und deinen Spaß. Und das kann mir auch, wenn ein Kumpel sehr viel Geld verdient und sagt dir, guck mal, ich habe mir jetzt hier gerade eine Yacht gekauft, dann kann ich mich natürlich dafür interessieren, aber interessiert mich für die Yacht und nicht für den Kontext. Weil das ist ja nicht der Kern der Freundschaft. Genau. Und dementsprechend finde ich irgendwie das wichtig, dass eine Freundschaft ein eigenes Thema hat. Entweder die Freundschaft selber oder halt eine Gemeinsamkeit, die sich durch diese Freundschaft zieht. Und wenn irgendwie BDO-Fußball steht, dann ist das doch scheißegal. Dann vielleicht kann er ja eh nochmal Champions-League-Tickets kaufen. Das meine ich halt gerade. Ich meine, man kann ja auch, was ich glaube noch, weil die Person hat ja auch geschrieben, so stark und schwache Person. Ja, wenn man es mir jetzt mal ganz wahrscheinlich, die starke Person sollte nicht vergessen und um sich rum, weißt du, manchmal verbindet man ja mit stark, mit hoch und dass man nicht mehr nach unten schaut und sich nicht mehr umguckt. Und ich finde aber, dass auch eine schwache Person wiederum auch offen bleiben sollte und sich nicht vergraben sollte. Ich finde erstmal, dass man stark und schwach generell, finde ich erstmal schwierig überhaupt. Ja, das kommt auch noch dazu. Weil man sollte sich auf Augenhöhe begegnen und in einer Freundschaft nie sich selber als stärker sehen und den anderen als schwächer und so weiter. Die Frage ist dann, ob man genau hingeguckt hat, was denn der andere eigentlich für Stärken und Schwächen überhaupt hat. Und wenn, dann sollte man sich da, ja, also ich will jetzt gar nicht die Frage uminterpretieren, so ist sie ja nicht gemeint. Ich verstehe das durchaus, das ist super schwierig. Also sagen wir mal, ich gewinne jetzt im Lotto und habe jetzt auf einmal 40 Millionen auf dem Konto. Ja, wenn du jetzt einfach gibst, gibst du mir erstmal eine ab. Genau. Damit wir zusammen in Urlaub fahren können. Aber das wäre ja ein Beispiel, wo man jetzt sagen könnte, okay, was machst du dann auf einmal? Dann stehst du erstmal in einer Freundschaft da und denkst dir so, ja, halt klar. Also wenn ich jetzt essen gehe, dann möchte ich nur noch am Kudamm in 10 Sterne Restaurants essen gehen. Und du sagst dann, ja, sorry Norm, aber da kann ich ja nicht mitkommen. So. Und die Frage ist, ob sich das für dich gut anfühlt, wenn ich dann jedes Mal sage, ja, ist ja kein Problem, Piet, ich habe ja 40 Millionen auf dem Konto, ich lade dich doch rein. Bezahle. Ja, will der andere eingeladen werden? Genau, das ist die Frage, ob du das immer willst. Aber da ist echt wieder der Punkt so, dann vergiss das nicht, wenn du 40 Millionen Euro hast, dass das ihm vielleicht, natürlich ist das vielleicht nicht von dir gemeint, dass du sagst, ja, komm, ist mir doch real. Aber das ist nicht Augenhöhe. Darum geht es nicht. Augenhöhe ist das für weiterhin, bitte zum Macca's oder Burger King gehen. Ja. Oder zum Döner und Currywurst essen. Das ist Augenhöhe. So, ähm. Ich würde mich natürlich trotzdem über einen großzügigen, die Schenk zu Weihnachten freuen. Ja, das ist dein persönlicher Ding. Mir wäre das sehr unanhängig. Oh. Aber andererseits gibt es natürlich auch Situationen, wo er nicht darum geht, dass er eine 40 Millionen auf dem Konto hat und der andere nicht, sondern der eine normal unterwegs ist und der andere Freund vielleicht wirklich in einer problematischen Situation ist. Vielleicht Probleme hat mit Drogen oder Alkohol oder überhaupt finanziell gar nicht klarkommt. Und, ähm, wir alle kennen auch noch Leute von früher, wo, ähm, der Weg nicht so geil verlaufen ist. Ja. So, ne? Und da ist natürlich die Frage schon wieder ein bisschen schwieriger als diese 40 Millionen bunte Papierfrage, weißt du? Also, da ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, wie man das macht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn eine Freundschaft einen eigenen Kern hat, dann funktioniert die unabhängig von den äußeren Gegebenheiten. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn eine viableeckerique vonrikanten ist, würde irgendwie einnächst, würde ich nicht rein? Ja. Und da ist es schon wieder ein bisschen행. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn...